hi und willkommen mein name ist dann die röpe und ich begrüße euch zurück zu let's play tels auf es peria die definitiv edition wir sind in dann grässt schon wieder so wie im letzten part und ja der don white horse wollte sich doch ein weiteres ist das war keine türmann ist hinter jäger herr gewesen wollte den töten weil ja weil es dann ein bisschen netter auf der welt wird um ihn selber hier zu zitieren immer so ein schwachsinniger spruch und ja da felius ja tot ist und das mehr oder weniger schuld von der gilde er war von dem don hat er sich gedacht ich lasse mich selber umbringen weil dann sind die vielleicht ein bisschen glücklicher und ja danach hat er sich selber getötet und juri hat den auge tötet und weiß immer noch nicht wie das funktioniert der hat sich selber ein messer gegen die brust gehalten und juri hat ihn irgendwie auge tötet und da ist carol ja irgendwie haben die beide und dann getötet weiß nicht wie das funktioniert aber es ist irgendwie passiert und ja wir sind noch in den abfassern kanal gegangen in aufnung partie zu finden weil jetzt noch mal weiß nicht die man diese regeln die da angeschrieben worden sind angeguckt von eifried aber ich habe sie nicht gefunden entweder die ist da nicht oder ich habe sie einfach nicht gefunden und ja was soll es wir haben carol da sitzen gewesen ich glaube da ist die szenen aus dem intro wenn man nicht schlecht stück mal na ich habe noch nie kann es nicht doch mal euch im gründungsamt es ist kein zufrieden das ist das ist auch ich trage Ich glaube, dass ich mit Paläst-Trahle gesprochen habe. Aber ich glaube, dass ich mich überrascht habe. Wenn ich mich so fühle, dann bin ich allein. Ich habe keine Angst. Ich habe nichts zu tun. Wie geht es Judi? Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst, dass ich einen Boss für die Gild. Ich glaube, dass die Gild... ...Greive Vesperia ist das so? Ich glaube, das war dein Leben. Ich wollte eine Art von Gild. Und ich wollte mich für Donen gewinnen. Ich wollte mich für mich verletzen. Ich bin so, was ich! Dön war, es war mir ein Wohneer... Aber... ich bin für Dön zu wirklich. Man muss also sagen, ist es so... dass sich Dön schlossen, was Dön habt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, dass ich selbst den Sie am Tenden Щ�D. Ich glaube, Dön ist das so eine Beziehung dafür. Das war's für mich. gillen kann man hat im folgenden problem kind rückblick betrachtet ist ein ganz schön viel verlangt von kerl wie altes kerl jemand 14 15 irgendwie so weit ja okay dann ist dann noch weiter nicht rita und fertig sind auch nicht so viel älter also nehme ich jetzt mal an also der patty ist ja noch immer nämlich mal an rita weil sie nicht ich glaube ich glaube ich glaube es ist glaube ich 18 hat sie mal irgendetwas gibt gesagt eine ahnung und ja also irgendwie komisch ich habe den letzten part schon genannt das ende einer gilde und irgendwie finde ich dazu dem part irgendwie mehr passt also ja das ist ein bisschen merkwürdig und wo sind jetzt auf einmal hin in allen tavernen sind wir schon in der taverne der gott von an sagt man aber bescheid man okay wir sind dann noch übrig na repeat per t keine ahnung bebeet sowieso immer bei uns nicht irgendwie mal weil er nicht ja da er lehnt sich gegen die menschheit auf aber hunde werden nicht mehr unterdrückt was ich hätte jetzt wahrscheinlich wieder hier und da mal wieder von uns trennen und dann wieder zurückkommen das ist der ist sowieso immer ja ich will das tun irgendwie will ich auch das tun wir müssen jedes mal das gleiche machen mit ist das gerade gleich wird jetzt wieder passieren ich will jude helfen aber andererseits will ich auch das tun dann kommen irgendwie weil ich ein paar worte ein paar weise wort von juri und dann sagt sie ja ich komme mit und hat jetzt genauso passiert wie ich mir vorstelle Was ist das? Was ist das? Die Verlust der Unionskundung ist eine Verlust von Union. Ja, ja. Wir wollen die Daten. Ja, also. Entstanden? Das ist doch von Jojo geklaut. du johannes denn du wer hat hier vom bad ja okay johannes eltern natürlich von als alles hat johannes irgendwie weiter das besser weg gehen von raven der ding den auftrag bekomme ich zu töten also wut wut Heute ist es für eine eigene Person. Ich will nicht sagen, dass ich mich nicht so gut fühle. Ich werde mich nicht anders. Mim... Ich fühle mich, dass ich mich nicht so gut fühle. Heute ist es... See you! Oder wie Juri und Flitten. Die Haus ist anders als Gild und die Schindler. Sie sind die Verkaufung und die Menschen zu tun. Also, wir gehen jetzt. Ja, ich bin mit der Stadt in der Stadt. Ich habe auch eine Arbeit für die Party. das ist ein paar stadtaufgabe ich nehme an hier allein in die richtung wir sind die vier ständiger bestandteil unserer gruppe warum müssen wir eigentlich jedes mal immer irgendwo hingehen warum muss eigentlich jedes mal irgendwie jemand kommen kommt ihr mit ja ich habe meinen grund dafür dahin zu gehen ich habe meinen grund dahin zu gehen können wir nicht einfach zusammen mit reisen warum muss eigentlich jedes mal jeder erklären warum wir uns warum die mit uns kommen das passiert irgendwie in jeder stadt wo waren wir vorher in der wüstenstadt jedes mal heißt es ja ich will sowieso dahin und ja haben und deshalb ist irgendwie noch nicht so entschieden wahrscheinlich oder auch nicht Ich weiß nicht, dass ich die剩 mit der剩. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzen kann. Ich weiß nicht, dass ich die Frau nicht helfen kann. Jüdice ist ein Freund mit uns zusammen. Aber ich habe mich verletzt. Aber... Ich bin nicht für mich, was ich zu helfen. Ich habe gesagt, dass ich mich verletzen kann. Jüdice... Was für die Gilder wissen Sie, was Sie wissen, was Sie wissen, was Sie wissen? Sie können alles erzählen. Sie können sich für die Gilder schrauben. Na, vielleicht wird es ein Ergebnis geben. Wir haben beide Angst, dass Jüdis ein Problem. Was ist das? Was ist das? Ich bin so schnell auf! Oh, das stimmt. Aber es ist das, dass die Gilder der Böse der Böse wirklich kommt? Er ist nicht so gut, dass er hier ist. Er wird bestimmt kommen. Oh, Patti ist auch gekommen. Ich habe schon gesehen, dass du dein Gehirn gesehen hast. Ja, ich habe dich in die Schmerzen geblieben. Und dann habe ich noch etwas, was ich wieder zurückkehren? Doch. Daろう na Ossanには Ossanのやることがある Säbysikunnaりますね Ha Ano Ossan noことだから またとんでもないところで あったりするかもな んで Temuza-sanってのはどこにあるの Kogol-sabaku no kita no hope Jadai kaと思う Baul-tena to sabaku no kita no yama ni Susemde taって言ってたしな das ist doch warum wenn wieder vereinigt hat stimmt nicht ganz sehr dass diese wüsten region es gibt ja gold staub aus der see und also was da kommen ja 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 Ich bin auch mit uns zusammen. Ich weiß nicht, was ich schon wissen, aber... Brave Vesperia ist mein... Ich bin der Gild, also. Ich bin auch mit uns zusammen. Karol... Wenn ich hier bin, wenn ich mich hier verletze, dann bin ich wieder zurück. Ich bin auch mit uns zusammen. Ich bin auch mit uns zusammen. Karol ist der Boss. Ich bin auch mit uns zusammen. Yuli... Danke. Aber... ich bin nicht schon mit einem Boss. Ich bin noch nicht mit einem Boss. Ich habe noch nichts mit einem Boss zu sagen. Ich habe mich schon mit einem Boss zu verletzen. Ich bin noch nicht mit einem Boss zu tun. Ich bin noch nicht mit einem Boss zu sagen. Ich bin noch nicht mit einem Boss zu machen. Ich bin mit einem anderen der Braille Vesperia. Ich weiß nicht. Karol, ich bin schon. Ja. Ich bin wirklich ein Sprecher von einem Gild. Ich bin sehr leicht. Das ist die Idee der Gild. doch wieder mitten außen nicht auf doch nicht so weit nachdenken schau wunsch na koan schick 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 noch die 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 Das war's für heute. Ja klar. Ja klar. Ich war schon mal hingegangen. Carol and Raven wieder vereinigt. Oh Gott, der Schwur. Oh Gott. ich will erst mal gucken weil carol hat ein paar muss er daten er ist ja schon vorher so super kette und staatsplus und so viele sachen da muss ich wieder ausgehen auch gott da muss ich aus krimina zeugs machen das glaubt sind wir jetzt nicht anders viele kämpfe jetzt hier stattfinden wir wollen musst du daraus weil das meine anderen charaktere alle leveln du musst rein gegen so 40 aber der sagt mir nicht doch jetzt hier sachen verändert ich plane es nicht so viele kämpfe zu machen also wird da unten längst muss man ja nämlich jetzt mal an sondern das heißt wir können nicht dahinter sind auch schon mal hingegangen ja um gerne ist doch eine ist ein gebiet war verletzten schon gefunden haben wir hat doch nehme ich mir an das war schon mal wenn ich reingegangen aber schon mal erkunden mit der liquid damit das ist nicht diese beiden inseln die ich andauernd hier markier mit repeat und die sich immer wieder rot färben propos ja mein gott da hat sich alles schon wieder rot gefärbt ich bin da schon mal immer wieder zurückgegangen in der wüste und hab da alles wieder markiert und das wird immer wieder rot aus irgendeinem grund so haben wir wieder gemacht so jetzt pass mal auf da wollte ich glaube ich mal schon blau weil sie jetzt nicht ja ich bin da schon dutzende mal hingegangen habe alles markiert aber irgendwie wird das immer wieder rot finde ich ein bisschen nervig aber ehrlich ich hätte sie nicht durch ravens idee der nicht so ein abrufsdruck sein müssen Ich habe auch schon gesagt, dass ich die Menge an den Körnern habe, und ich habe das Körnern gefeiert. Ich habe es nicht verletzt, aber ich habe es nicht verletzt. Also... Oh, das ist das Körnern, ich habe so schwer. Yur, ist das Körnern? Ich habe das Körnern nicht gesagt, aber ich habe es in meinem Leben gelegt. Ich habe es vieles zu vorbereitet, der Körnern. Was? Verwürdig? Das ist das Lago und Kyumol? Genau. Ich habe mich mit der Hülle und mich mit der Kugel auf die Kugel und mich mit der Kugel auf das ganze Zeit. Das ist so schwierig. Ich kann mich nicht wählen. Hm, das ist nicht nur Hunter. Ich kann mich nicht nur noch mit einem kleinen Mann, wenn ich mich nicht abschlachtelle. ich verstehe aber wie komme ich jetzt wieder am besten dahin wenn ich mich dann fahre ich eben durch den ganzen kontinent hier um wertspiel schon mal hier so kompliziert macht prägen war ich schon wieder fahren wir mal hier so rum hat der schubs soll hat wir übrigens immer noch einige orte mit irgendwelchen gebieten ich noch nicht erkunden kann ich hoffe können wir mal kriegen oder so wird schon mal gern die halbe welt hier im kopf stellen wir wissen was diese dinge sind wir ja schon weil unten eine sitz irgendwie neben diesen turm wo ich trainiert habe auf screen und wahrscheinlich wieder aufs gehen gehen werde irgendwann wir haben geld gut also mal probleme immer geht immer hat geld auf wo ich bin partie ganz an die reserfe umlaufen wenn ich irgendwie ist immer geld irgendwie knapp weil es hat hier überhaupt richtig da kann er da oben eine erfahrung riesiges gebiet er ist hier schon richtig warum man sich jetzt durch den ganzen kontinent durchschwimmen hey aber es hat schon wieder da glaube ich was was habt ihr so getrieben und die insel schon wieder eingenommen also auch die und echt schon wieder eingenommen ich habe doch hier letztens ich habe doch hier vor fünf minuten gerade der matte hingelegt und das ist schon wieder direkt eingenommen die sechen dann machen muss ich eine bestimmte einfolge machen arbeit ja nicht mal fünf minuten rest der welt hier irgendwie ich war noch nicht mal im kampf oder eine stadt oder irgendwie so was da kommen jetzt noch mal nur ja richtig warte mal naja ja jetzt hier bitte sagt mich bin hier richtig das soll die sie oder nötig werke des vater muzzi ali da klingt irgendwie nicht richtig ja ja ein moment mal das hier jungen jahre diese gegner sind irgendwie neu ok die waren folgen bin ich da droidin da ist die schwede allem weg und also was ausgerüstet heißt naja jetzt ausgerüstet da hat er schon fertig fertig naja reina und aua dann gibt es nicht so lange bis ich unterlegen kann und wer gesagt haben das sorbett war jetzt ziemlich dann gehe ich auf jemand anderen los hat sich so an diese blöde ob die idee ich weiß nicht beschwemmt darüber über jeden tag aber da ist doch ich so nervig gemacht geht mir die ganze effekt da kommt ihr mit dem charakter an ich habe dann nie im leben hier die alle eins holen das meyer ich überhaupt hier ausgespärten so ausgerüstetigkeit mit schwert und die stärker sind da überhaupt so weit ich glaube der hammer und das ist hier hilfs schlag ich verstehe es nicht ich kann nichts gucken es hat denn wenn schüsse lea und wird sich juri schon gemeistert ich sage natürlich nur sachen ob die niemand irgendwie gelernt hat so repeat machen salat da auch neu ist wie ich und hoffen jetzt erst neue monster ja auch bin ich noch nie umgelaufen doch ist ein stabel stark los da haben wir vorbei kommt mal her boom 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 da hat man keine veränderte hat er veränderte hat schon mit meiner arcana hat so warte ich bin leichter du kommen ja wo die halt noch nicht mal an wenn sie kunden macht dann warte kap ich will zummerkonten darin ist manchmal kämpfe und so der mann das ist richtig oder du bist schon wieder einmal ist ehrlich wenn du hast auch irgendwie sachen ich gebrauchen kann frost stein oder so und das sind die sachen ich brauche da fliegt er selber wisse erwartet gar nicht so weit entfernt einsetzen ich habe mich da in sicherheit über den gesehen das ist schon so wie auch wenn man nacht ja jetzt mit carol ist das mit dem tp ein bisschen schwierig genauso wie presse der presse oder presse an der presse aber auf excel jahr glaube ich kann von lady das sehr war hier an der karakter aus dem tonja oder war genauso langsam irgendwie hat sie die war irgendwie besser zu steuern jetzt schnellere angriffe ja fand ich allgemein sprich auf der steuerung für alle lügen alle charaktere ich war voll langsam und sogar leute und wenn ich noch gestartet habe das ist schon wieder ausgegangen wir töten vor die mage rein ist immer noch neben ganz langsam hoffentlich kann man nicht mal zu die eine rein zu hauen so gehen wir mal rein wenn man jetzt richtig ne das ist hier ich bin das ist wirst du das ist das ist das ist das ist wie Was? Wie war der Geist? Fren hat auch Apatia. Wenn der Geist auf Apatia ist, dann könnte der Geist auf Apatia sein. Dann könnte der Geist auf Apatia sein. Warum wollen wir alle Apatia in die Hand nehmen? Es war sehr schön, und es war sehr schön. Aber es war nicht so gut. Wenn Judi alles zu erzählen, dann könnte man etwas wissen. kann sie nicht so wie du uns erzählt hast die leute ungenutete tasse was wir als schlüssel schreibt friedhofe sind kraten also was ist das was ist das was ist das was ist das das war was war Das war schon. Du hast es schon gehört, oder? Ich weiß, jetzt nicht. Du hast es schon gehört. Du hast es schon gehört? Du hast du gehört? Du hast es schon gehört, oder? Du bist so gut. Du hast es nicht gemacht? Du hast es schnell. Du hast es schon gehört. hat es wohl wenn sie sieben weibs ich weiß nicht wieso das war ja nicht wie niebelheim oder so die berge wachate こんなことできるまものなんて言うなぁそのままならとっくに退治されたから 退治されたってどういうことです ここが神魔戦争の戦場だったってこと という事はここで人とエンテレケイヤが戦ったんですね 戦いは人の勝利で終わったな Aber es gibt noch viele Menschen in der Welt, die in der Welt leben. Die Wahrheit der Krieg ist in der黑ne. Es gibt keine Schmerzungen in der Bibel. Dann ist diese Krieg, die Entel-Keya-Keya-Keya-Keya-Keya. Das ist toll. Die Krieg der Jinn-Ma-Keya-Keya-Keya-Keya-Keya... ...10 Jahre. Die Patty ist noch ein Kind, oder? Ja, Mann. Ich weiß, was ich. Ja, ich kann es nicht wegwerfen. Ja? Los geht's! Die Zinma-Version war wirklich sehr großartig. Ich kann es nicht denken, dass die山 auszübren und die Schraubflüge auszübren werden kann. Das ist nicht so, dass die Zinma-Version so großartig sind. wir haben müßte karten also immer irgendwie noch nicht mehr dann kriegen wir mal unsere erste büste 40 und dann können sie auch mal welche heraushauen so sagt wird ist irgendwie nicht level gebunden es ist auch da bis bald glaube ich so wie da irgendwie level weiß ich nicht war relativ früher so lebt 20 jährigen so weit hier scheint hat nicht mehr damit zusammen zu sein weil wir sind schon eine 40 also kann man nicht vorstellen dass so lange dauert diese zwei stadt ist unsichkeit roter saal bei sind die gleichen gegner wie draußen was soll es hat schwerer boden da wollte ich eigentlich nicht benutzen ok doch gerade dass selbst andenken eingesetzt haben sie geheilt glaube ich ein bisschen wollte eigentlich nicht einletzen ok danke das halbe ewigkeit bis hier endgültige wenn er auch noch mal mehrmals angreifen bitte ich war zu karakteren noch zwei angefangen haben auch wenn die voll stark sind abwehr runter oder so nach wie abwehr runter irgendwie sowas aber her das ist so dämlich ok ja 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 ich habe es gemacht ist nachdem ich würde daraus das wie mato kauf mal du kannst richtig gut wäre übrigens kann ich mir jeden empfehlen ok warum steu ich eigentlich juri zu lindert ja also nicht aber gut wenn ihr irgendwann speichert und wer ich will jetzt nicht mal so lange aufnehmen eigentlich okay das ding versperrt mir im weg da kommen wir ja dann losgehen aber okay das war so will ich das machen etwa fünf wieder schaden jawohl danke rieter ja so schnell kann das gehen unser oberle mit einsetzen und unsere inklusive art aber ach so mächtig aber damit hauschte ich jetzt das behaupte ich jetzt in meiner tasse man machte jetzt mal ehrlich verteidigung geht vielleicht am anfang des kampus mehr oder weniger machen was er nicht so lange als fälter war ja irgendwie nicht das war abzuwehren jetzt auf die gegner zu trippelt mit davon lustig da sind wir schon weg weg gesagt geben ist ein volk ok ob truhe truhe hat handamt will nicht so viele kämpfe machen das neue gegner ist nochmal glück gehabt sein wesentlich erst mal zu funktionieren helfen der gold kann so hat man tp wird machen wir gehen die nehmen weil ich hatte noch nicht geschossen hat stimmt eigentlich nicht mit dir wir haben jetzt aus der arbeit zum schlag aus ich war ein ganz klein bisschen schneller hat gut ich habe wieder so lustig verhalten lange wenn da müssen wir ein bisschen schneller angreifen und sich eigentlich mehr kämpfen da kann man durch hätte ich aber geht ein bisschen schneller dann wenn man carol steuern und schlagen immer gesteuert haben hier geht es um das wird auch viel schnell also weil meine kürzchen form ja 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 blöd ist ein anderem weg da aber auch wieder in einem weg tödliche zorn okay wir haben glaube ich genug waffen mit jane deswegen könnte er wahrscheinlich so schwach sein weil ich wahrscheinlich nicht die aktuellsten waffen ausgerüstet ab hier natürlich so ein 832 21 hallo wie viele nörder hatte reich über natürliches horn hammer ax hammer weil mich vielleicht auch nicht kämpft jetzt nicht mehr so lange für die ganzen schwachen sachen irgendwie ausgehen so hochladen du fett das stück du stehst schon wieder voll im weg so 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 so